Oh, dann geht los. Hack. Ja, ein bisschen. Dürfte jetzt auch ein bisschen leichter werden wieder. Ja, für dich auf jeden Fall. Ich habe ja auch das hier. Gut raus. Ja, ein bisschen passiv Schaden machen. Oh, ist ein König. Das ist leichter, ja. Boah, hey. Was gäbe ich jetzt? Lecker auch so. Lecker. Lecker. Lebst oder noch. Und unten im Chat zeigt er jetzt immer an, wenn man irgendeinem König begegnet. Echt? Schon da gar nicht. Moment. Lackt immer noch bei mir. Ich höre es. Ja, das gibt es glaube ich wieder. Mann, Mann, Mann. Was ist da unten? Achso, da unten steht es. Er ist engaged. Tja. Und das steht dann auch da, wenn Treasure Goblin engaged wird. Jetzt. Du küsst ja wirklich Arking auf. Kannst du ja wirklich, Arking auf. Kannst du ja gegen einen hier. Alter. Was gäbe ich? Genau, in so einem Mob bin ich gestorben, auch normal, im Hardcore-Charakter. Das ist unangenehm. Bisschen zu leichtsinnig da reingegangen. Was gäbe ich? Was ist das? 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 Tch Das ist ein bisschen leichter für dich, ne? Ganz bisschen, ja. Das vier Level schon so einen Unterschied machen. Hm, Champions. Ah, das ist so auch an den. Ich werde wiederholen. Achso schon. Was geht das? Hm. Oh! 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 Teuer Action wieder Oh Mann Sehr seltsam No Hm 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 Irgendwie wenn ich jetzt auf Alt drücke Dann zeig dir nur kurz an Hm Um bisschen das Gameplay Also hier Hey Hm Good night Oh Machen du rennst jetzt auch so schnell im Vergleich zu mir Ja Kann sich ja teleportieren Ja 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 D Oh. Was ist da oben? Was ist da oben? Was machen wir? Die Tastatur wieder bewegt! Alle Studierenden sind auf der Weg! Das ist aber ganz schön Ja Ne, sind wir gerade in der Gelände? Ja, irgendwie schon Du mit deinem Schlitz da Schlitzschlatz Ja Komische Zauberin Ja, ist aber voll cool die Attacke Finde ich am besten Kostet keine Arcan-Kraft Und macht schön Flächenschaden Einziger Nachteil ist, man muss halt ein bisschen dichter rumgehen Ja 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 heute noch kommt gar nichts irgendwie trauen wir eigentlich oder wir sind einfach nur zu gut so ich glaube jetzt können wir langsam gehen ich glaube da kommt nix mehr siehst aber jetzt komisch aus der punkt da oben rechts der blaue ist auch mal das heißt das ist nur wenn ich gerade kämpfe so hat anzeigen das ist auch über dem fähnchen in der stadt wenn man sich zu jemanden teleportiert ein graues zeichen ist nun normaler kampf und wenn es rot unterlegt ist dann ist es mit champion oder so so viel neuerung na viel gelbe Ich muss mein Herz schlafen. Das war's. Oh, cool. Oh! Ja, was gelbes für... yeah. Ich glaub ich skill noch mal unten. Oh, mit dem fünften Bach. Ja. Gute Sachen droppen hier endlich für mich. Droppen... da wird... We've done it! We've done it! Was hab ich eigentlich von Haus? Magic Find 165 nur? Hm. Das war wenig. Hm. Oh. Na, der Key Warden. Ah, hier ist doch einiges grade. Champion ist auch noch gewesen. Der soll man Key trocken. Na. Aber hier ist es ja eher unwahrscheinlich. Ich hab mal mit dem Blizzard ausgerüstet. Wow. Blizzard. Oh, teleportiert doch nicht. Dreige Hälfte. Und kein Key. Na. Ist der denn auch golden oder wie ist der? Keine Ahnung. Hat noch nie hingesehen. Oh. Oh, nein. Oh. Hier den Keyn ist... Jetzt hast du ein rotes Symbol, aha, weil der König da ist bestimmt, rot, geletzt. Blech. Geh. 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 Zurück geht's, oder? Anni, hier in die Tür rein, oder wie war das? Nein, zurück. Wusste ich es doch. Oh, schön fettig schon die Tasten, sieht das eklig aus, oder? Äh. Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Puh. Alles gut. Ja, ist ja auch Bläser. Was sind wir los? Ha, ich kann mich aus den Mauern raus teleportieren. Tsch. Wow. Doch der Skill hält noch. Ah! Ah! Ha! Okay. Wann? Hm. Oh, auch das Mauer hier. Aber ich kann schön Blizzard drauf spammen. Und Todesstrahl. Ja, Todesstrahl. Ist doch ein Todesstrahl. Oh, auch. Oh, auch. Oh, auch. Oh, auch. Oh, auch. Oh, drei Säulen, Alter. Ja, schön. Ja. Ah, nicht mehr. Oh, auch. Oh, ein Plan. Exalted. Exalted. Grand Armplains. Wow. 12 und 1 Mal getötet. Oh, okay. Oh, und hier ist bestimmt auch feilt. Ah, viele Champions heute. Könige. Na. Oh, drei Gelbe. Hm. Essence ist auch dabei. Ah, stimmt. Kannst doch weiter gehen. War ja nicht irgendwo ein Quest auch mal gewesen? Na. Die Wind. Also doch. Die Wind. Oh. Oh. Nichts gelbe. Ich habe zwei gelbe. Such. Mal vier blaue oder ne? So laden wir ihn auch schon wieder. Aber er hat ja. Already known steht bei dem Plan bei mir. Bei mir nicht. Dann kannst du ihn haben. Ich werde das nicht machen. Ich werde das nicht machen. Dann kannst du ihn nicht machen. Ich bin hier. Ich bin der Championser. So, halt. Oua. Ich bin der Flüge gegen mich. Ich bin schon der Trudy oben. Dann sagt man nicht nein. Die Scheiße hier wieder, ey. Ich bin schon der Trudy. Ich mache aber auch so viel Schaden, muss ich sagen. Wer? Ich. Achso. Und ich. Ich. Dach. Schnell. Welcher Gegnern? Nene. Aber es geht eigentlich relativ leicht. Und ich mache ständig so zwischen 30.000 und 50.000 Schaden. Was denn? Noch was? Da sind die Champions und Könige? Was ist denn hier los? 5 Gelbe Eigentlich wird das ganze Gift hier erstmal weg Was war denn das für ein Achievement? 200.000 Ja, ist gut Jetzt gehts los Gleich Das muss die letzte Ebene vor Goom sein Autsch Heißt das nämlich entweder weglaufen oder Schaden machen Wow Oh, ich bin weg Ich laufe gerade mit Ich schieße mich all rum Hehehe Hehehe Ja Ah Ja Ich bin weg 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 Vielen Dank.